Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall darin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal. Ich habe sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du dir ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, habe ich was bei dir gesagt? Ich habe Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als jeder was zusammen hatte. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Anstoßen. Mike wird im Herbst euer Teamleiter. Das ist nicht witzig. Er war ganz fast so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und, was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu aller Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Ich gehe das. Untertitelung des ZDF, 2020